Ulla Mai Jakobsson, auch Ulla Jacobson war eine schwedisch-österreichische Bühnen- und Filmschauspielerin. Berufliches nach dem Besuch der Handelsschule und einer Tätigkeit als Sekretärin arbeitete Ulla Jakobsson als Komparsin am Göteborger Stadttheater und nahm Schauspiel-, Fecht-, Tanz- und Gesangsunterricht. Bereits ihre erste Filmrolle machte sie nahezu weltbekannt. Der schwedische Regisseur Arne Madsen verpflichtete sie für die Hauptrolle in Sie tanzte nur einen Sommer, in dem sie nackt zu sehen war, was damals erhebliches Aufsehen erregte. Dabei war der Film keineswegs auf erotischen Voyeurismus ausgelegt, sondern zeigte junge Schwedinnen in ihrer Natürlichkeit und ohne sexuelle Hintergedanken. Der Film wurde 1952 in Cannes für die beste Musik ausgezeichnet und erhielt wenig später an der Berlinale 1952 den Goldenen Bären. Sie tanzte nur einen Sommer brachte Ulla Jakobsson viele internationale Verträge ein, insbesondere auch in Deutschland, doch die finanzielle Rechnung der Produzenten ging nicht auf, denn der Erfolg des Films wiederholte sich nicht. Auch eine Rolle in Ingmar Bergmans Das Lächeln einer Sommernacht machte sie weiter bekannt. Eine Trennung von aufkommenden Klischees und weiteres berufliches Fortkommen sah sie jedoch nur außerhalb Schwedens. Also zog sie 28-jährig nach Wien, wo sie ein Engagement am Theater in der Josefstadt erhielt. Später war Jakobsson als freie Schauspielerin tätig. Ulla Jakobsson suchte sich nun die Rollen aus, die sie verkörpern wollte. Neben Kirk Douglas spielte sie die Hauptrolle in Ken Ward, Schweres Wasser, und auch in Rainer Werner Fassbinders Film Faustrecht der Freiheit stand sie noch einmal vor der Kamera. Später nahm sie noch einige Rollen in TV-Produktionen an, zog sich dann aber Ende der 1970er Jahre weitestgehend zurück. Grund dafür war nicht zuletzt ihre beginnende Krankheit. Auszeichnungen Ulla Jakobsson erhielt 1956 den Bambi und 1967 den Deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Privates Ulla Jakobsson war dreimal verheiratet. Dadurch erhielt sie auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Ihre erste Ehe schloss sie mit dem Wiener Ingenieur Josef Kornfeld, mit dem sie ihre Tochter Ditte hatte. Ihrer zweiten Ehe mit dem holländischen Maler Frank Lodeitzen entstammt ein Sohn namens Martin. Schließlich war sie in dritter Ehe mit Hans Winfried Roßmann verheiratet, einem österreichischen Professor für Völkerkunde. Ulla Jakobsson litt an Knochenkrebs und starb am 20. August 1982 in einem Wiener Krankenhaus. Sie wurde in einem ehrenhalber gewidmeten Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Sohn 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 sohn